Hey, hey Leute, mitten im Level einfach angefangen, direkt nach der letzten Aufnahme. Wir haben jetzt Mini-Zombies, die sind so süß, oh guck mal, das sieht so toll aus. Jetzt ist mal wieder so ein total komischer Bonus-Level. Oh, alle tot. Aber die sehen so toll aus, diese kleinen Zombies. Oh, die sind so süß. Also heute mit kleinen Zombies, ich lasse mir jetzt bewusst einfach mal die Kirschen hier so durchwandern. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Aufnahme hier war nicht mehr gedacht. Eigentlich wollte ich jetzt aufhören, nach dem letzten Level. Dann passiert sowas. Ah, das sieht so putzig aus. Das sieht so putzig aus. Da müssen wir echt noch was machen hier. Ja, knuschpa durch. Oh, da haben wir eine kleine. Da müssen wir auch noch was machen. Oh, und hier verlieren wir gerade. Oh, der ist durchgekommen. Scheiß drauf. Boah, voll die Mafia hier. So, jetzt sollten wir aber langsam mal auf dem Wasser was machen. Ich krieg die ganze Zeit nur Pflanzen. Was soll ich mit denen? Ich brauch mal was, das schießt. Na, endlich. Das muss ich gleich sprengen, wenn das so weiter geht. Ich will jetzt aber nicht sprengen. Ich will mir die möglichst aufbewahren. Ja, muss ich jetzt aber. Ach, Mensch. Ah, jetzt können wir wenigstens mal hier schießen. Das ist aber diese Level. Da geht es auch gar nicht um Schönheit. Da geht es einfach darum, dass du... Das war dumm. Da geht es einfach darum, dass du irgendwie so ein bisschen was pflanzt und so. Und die Kirschen dir aufbewahrst, weil die brauchst du halt echt noch. Oh, das ist so putzig, wie schnell der rennt. Wie gesagt, sollte es hier irgendwo knapp werden, kann ich immer noch. Das nervt ein bisschen, dass diese Matches mir gezeigt werden, aber das liegt momentan einfach an der Fensteraufnahme. Kann ich gar nicht so groß was dagegen machen. Hättest du wohl gern. So, da könnt ihr knuschpern. Dann werdet ihr nämlich entdeckt. Boah, könnt ihr mal bitte alle die Klappe halten da unten. Danke. So, der geht da drauf. Das ist auch cool, dass die nicht mehr so viel aushalten, wenn sie klein sind. Ich kann schon die dritte Reihe anfangen. Guck mal. So, da müssen wir noch zu machen. Ja, eigentlich ganz easy. Schade, dass wir nur so wenig Pflanzen zur Verfügung haben. Das war aber auch Absicht, damit der drauf geht da. Danke. Oh, der ist durchgekommen. Stop him. Danke. Bisschen Verschwendung, ja. Kleines bisschen. Bisschen. Wir einfach ein bisschen getan hatten, dann war das Ding weg. Na, sehr schön, die nächste. Ja, die setzen wir besser aufs Wasser, ne? Ja, Final Wave und so. Ich nicht ganz ausgefordert, ich ehrlich. Düm, 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 düm. Das war die Final, aber das kann man auch ein bisschen sprengen hier so, weißt du? So sieht's nämlich aus, aufs Maul. Und wir kriegen die Peperoni. Was auch immer die kann. Destroys an entire lane of zombies. Das ist quasi nicht so, so kreisrund, sondern so. Und das mal auf, auf Deutsch zu beschreiben. Oh. Zum Boni. Zum Barney. Wie heißt der? Zum Boni. Okay, von mir aus. Also, ein neues Item. Ich will aber ehrlich sein mit euch, Leute. Seid mir bitte nicht böse, wenn diese Aufnahme, jetzt dieser Part, nur fünf Minuten geht. Aber nach dem letzten Part wollte ich aufhören und ich hab jetzt gleich einen Termin. Ich kann jetzt nicht mehr länger. Deswegen, heute fünf Minuten. Geht an die frische Luft. Habt Spaß in der Sonne. Kauft euch ein Eis. Und sagt der Verkäuferin, ich hätte gern einen Skate. Bis zum nächsten Mal. Ciao.